Oh Mann, da hatten wir wieder so viel gequazzelt. Da haben die wohl gemerkt, so letztes Jahr war das eine ziemlich blöde Idee, die an der Seite zu sperren, weil das, das habe ich auch gar nicht gesehen gehabt damals, Einbahnstraße. So, dann müssen wir jetzt hier, Fahrrad frei, dann machen wir da knapp, dann machen wir da was in der Fach. Wenn wir hier durchfahren dürfen, fahren wir hier raus. So, jetzt muss Papa ein bisschen Kraft aufwenden hier. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh, komm mal, da kommt er rauf. Na, Mäuschen. So, Komoot wieder im Vordergrund. So, weiter geht's. Ich hab den Umweg nur für den kleinen Teich gemacht. Dann fahren wir hier einfach weiter. Ein kleines Stück. Weiter mal hätte man da auch einfach nur geradeaus fahren brauchen. Wäre genau das gleiche gewesen. Aber, neues Handy würde ich dann doch auch mal schön haben, die ganzen Bilder. So, weiter. Dann müssen wir hier gleich links. Hör mal. Komm, heilig frei. Heilig frei, ja. So. 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 Und rein politisch müsste ich links fahren auf dem Bürgersteig. So. 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 wie eng das ist. Wie eng das ist. Wie ein paar Meter hier. Wie ein paar Meter. Wie ein paar Meter. Wie ein paar Meter. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Das kriegen wir hin. Ok. Das ist alles frei. So, weiter. Feini, feini, feini biskens, ne? Feini, feini, feini. So. Also der Neustart des Handys hat, glaube ich, wahre Wunder gewirkt. Flutscht jedenfalls. So, dann möchte ich von den Blumen auch noch mal ein paar Fotos. Ich finde Blumen immer hübsch. Und die so schön bunt angerichtet sind. Ich finde das toll. Aber so sind wir, Frauen. Wir haben da ja so ein Faible für. So. Hoppala. Ich wollte eine normale Vergrößerung haben. Vielleicht zwei? Ne, zwei ist zu groß. Zwei ist zu nah dran. Das sieht gut aus. So. 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 Da müssen wir nachher irgendwo. Längs abbiegen. 830 Meter. So. Huuuuii! hui mehr wie ans Meer kommen, so windiger werden es ja, Futter voraus nein Moin 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 Guck mal deine Pferdchen, da deine Pferdi Pferds da siehst du die, klar, ne? ja, da deine Pferdis da sind deine Pferdi Pferds so, aber wir müssen hier abbiegen schade, ne, Mäuschen sind aber auch große große, große Dinger ja hoi guck mal, sagt ja hi hey nimm da ja den Fuster weg er hat heute erstmal eine Mitbewohnerin eine Mitbewohnerin hat ja eine Siermskatze, eine junge lange und dann haben die sich heute erstmal ein bisschen geleselt bis dann die Hausverwaltung ankamen dann hat er dann die Mülltonnen von draußen wieder auf den Hof gestellt da hat er natürlich die Biege gemacht da war Schluss mit mit Schnuckern so, ein bisschen gucken hier so, dann müssen wir hier gleich da ran dann sind wir ja immer dann auch von dieser Seite gekommen wir fahren ja mal ein bisschen ein bisschen anders fahren wir denn doch so 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 na du wollte hier nicht eine Strophigur oder so sein so ja, lego mio oh, was liegt da denn lang der Fettel der Fettel oder was naja ist egal oder hat er einfach nur den Fluss ach, das ist so zum kotzen und ist das wieder so ein anderes Kartenmaterial wo man sich wieder nichts anfangen kann kotzen, echt doch so da ist die maus so ich muss erst mal das smartphone wieder raus wie kriegt das den beste drauf vielleicht von der seite oder sowas das ist ja niedlich also gucken wir uns das einfach zuhause an guti weiter geht's das war auch nur die kleine maus kann man das vielleicht ein bisschen fotografieren fünffach schön hier bleiben lass den schmetterlinge in Ruhe hat ja nichts getan die kleine piepmetze verhaften ja 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 sagt der akku der ist gleich leer wechsel ich muss raus sag mal so läuft die aufnahme okay Oh Gott! Das ist ein Lohn im Maut. da ist noch ein mars das schnuppert einfach umdrehen Katze da wollen wir mal hier ran da sind ja noch mehr kleine Mäuse ach ist das niedlich bleib still ja dann geht es auch noch hier rum da ist ein blöder Stangenweg drei ist so groß fast zwei vielleicht naja so siehst du da sind die Arikihahn so die Maus sieht böse aus die sieht ja ganz böse aus sieht aus als würde sie mich an die Seele klauen wollen echt den ich mal darf so immer wieder auf 1 und schalten 6 1 so ja schippe gut dann haben wir auch so und dann müssen wir da weiter fahren so und dann Oh, dear. Hier bleiben. Schon wieder kein GPS empfangen. Man, nur mir da, no? Gut. Butter. Oh, geht's. Nimm die Pfote da rein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sek, Sek, Karubin, gerade geht's. Ja Ah So schnell Gesehen Lug der weg So Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja Hab ich doch irgendwie vergessen Wie schlecht das hier war Oh Junge So Fein ne So So Machen wir auf die Straße rauf Ja Ich versteh schon Dauert Augenblick Na Dauert Augenblick So So Kofi Uhren gerade durch Ja Teil Oh Schon wieder kein GPS Was ist das denn hier Mann ist das schlecht Mann 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 Nehmen wir mich auf den Aschen oder was Halt 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 Nach Nach da soll ich da lang fahren Nicht Nicht hier Nicht hier Ich Sicher wir fahren mal kurz Wir verlassen Lotharbeck ist hier Nein Nein Meine Gibt es gar keine Gibt es gar keine Gibt es gar keine Gut Altes Kartenmaterial Ehh Ehh Ist auch falsch Hier Hier Wurde ich doch gar nicht lang Wieder ganz GPS-Signal Das ist ja der Hammer Der absolute Hammer So Strophigur hier lang Göt Couste Jajajajajaja Jajajaja Alles spinnt Alles spinnt hier rum sewn Ja, habe ich von hinten nicht gesehen. Morgen. Morgen. Morgen.